Es kann doch nicht so schwer sein, so ne Anmoderation hinzukriegen jetzt, komm doch mal hier hier. Ich guck mir jetzt diesen dämlichen Baum an. Und damit Hanilo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA Online mit Fabian, der den... NICE BAUM! Schöner Baum, der denke, das ist dein Bruder. Und Anton, der gerade ein Selfie mit mir macht. Das ist dein Bruder? Warte, welchen meinst du? Meinst du den Baum da? Ja, genau den Baum da. Den? Ja, den da. Ja. Oder meinst du den da? Jetzt sind doch die ganzen Bilder von Hand. Das war ja so schwer. Okay. Auf geht's. Oh Mann. Also Plan für diese Folge ist, dass wir jetzt alle mit Motorrädern die Base verlassen wollen. Oh ja. Ich hab ein beschissenes, du hast ein gutes gekriegt. Oh nein. Das ist das, was ich habe. Ich hab ein Fahrzeug. Dann fährt mit diesen Motorrädern jetzt mit zerschossenen Reifen. Versuchen, wie heißt der Berg? Maut Schildert? Kann man eins draußen stehen lassen? Schildert oder wie auch immer? Und dann gehe ich nochmal mit anderen raus? Okay, Fabian, dann gucken wir mal auf mein Motorrad. Und dann würde ich mich einfach wieder melden, wenn wir dann da sind. Und dann würde ich dir den einfach schneller auscutieren. Jo. Biss gleich. Biss gleich. Tsch些. Neh mich auf. Wo ist der Schildert? Der Schild... Ähhh... Moment ... Das, kann ich markieren, und dann muss ich aufsehen ... Ich unterbreche immer, obwohl, ne, ich glaube, ich nehme einfach weiter auf, vielleicht passiert ja was los. Wir fahren mit ein. Ihr seht doch die Markierung auch, oder? Ja. Warte mal, kann ich nicht eine Formation sogar anmachen? Ne, scheiß eine Formation. Komm, die Weihnachtswichte wollen. X, ne, keine Ahnung. Mein Motorrad ist kaputt. Willst du mich verarschen? Alter, bin ich noch nicht mehr angekommen. Was hast du denn gemacht, Alter? Kannst du dir eins? Ich bin weggeflogen. Hä? Ich mach das. Durch die Kurve, ey, war zu schnell. Oh Mann. So, ich hab eins. Kannst du dir nicht so eins bestellen? Worauf warte ich dir? Los, go. Fabian, Alter. Die Fresse. Oh Gott. Ich hoffe, ich bin übrigens laut genug. Ich nehme mein Mikrofon wieder näher an dem Mund. Noch näher? War schon so laut. Ja. Ich lasse es jetzt einfach mal so, wie ich es jetzt gerade habe. Oh. Ich hab den Stein getroffen. Du hast ihn umarmt. Das nennt man Steinliebe. Nimmst du noch auf eigentlich? Ja. Nimmst du noch auf? Ich nehm's noch auf. Was? Übrigens, deine Markierung ist weg. Übrigens, die Markierung ist weg. Ja. Aber wir müssen den nehmen, das weiß ich doch. Ach, die Brücke da. Der wird jetzt zum Sägewerk, ne? So. Nein! So ungefähr. Ich brauch ein neues Motorrad. Willst du mich verarschen? Was machst du denn immer? Vor allem mal ein bisschen immer so laut. Wir fahren vielleicht doch dahin und nehmen dann andere. Hab jetzt keinen Bock mehr. Was machen wir? Wir fahren wanderslich? Wir fahren dahin und nehmen uns irgendwelche so Cross-Motorräder-Dinger. Wir nicht. Und Cap-Fähigkeiten, Fahrzeug anfordern. Ich mach einfach mal das hier. Was ist das denn? Ah, das ist ein Auto. Ja, das ist ein Auto. Okay, das war schon mal ein... Oh Gott. Was ist das denn? Stimmt. Holy shit, Alter. Oh, nehm ich. Hättest du wohl gerne. Ist doch eine gute Idee, so was Militärcamp zu fliegen. Ja. Dürfen wir rüber, ich hab da einen Hangler drin. Ah. Sieht das voll schön aus. Also wir müssen übrigens nach links, ne? Ist ja klar. Ne, ich bin auf den Puker gerade zugeflogen. Wie dreht man die Kiste denn? Oh, so. Jetzt dreh, 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 dreh. Und go. Na, der wackelt immer so hin und her. Na los. Nachdem man nicht gelingt hat. Zugriff, Weihnachtsmichtel, Angriff. Wichtel, oh Gott. Ah. Was ist denn der Ding ist? Ey, wie landet man nochmal? Shift. Gott, das ist da ganz fest hin. Bei mir zumindest. Ich probier's einfach mal. Und Shift. Oh, ja. Ja, klappt. Nice. Oh, ich bin gleich runter. Weihnachtsmichtel, Zugriff erfolgreich. Ach, da. Markiert's nochmal? Ach, fahrt mir hinterher. Wo bist du? Mittlerweile weiß ich den Weg. Rechts rum, da hinten. Mal gucken, wie viel Anläufen wir noch brauchen. 27. Oh nein, Fabian sagt, warte. Fabian, achten, Kurve. Granata. Achten, Fabian, Brücke. Achten, Fabian, rechts ist Wasser. Du legst es aber auch drauf an, Fabian, oder? Warum bin ich eigentlich so viel schneller als ihr? Na, ich fahr. Ja, ich auch. Dich. Was? Geht sogar auf die Bremse teilweise in den Kurven. So. Will mit dem Teil ja ankommen. So, da sind wir jetzt zurück. Jetzt endlich da angekommen, wo wir hinwollten. Und auf der Karte, dann seht ihr, wir wollen da jetzt nach oben fahren. Und Anton dreht sich schon. Da würde ich sagen, also, der Plan ist, wir fahren mit heilen Reifen nach oben. Wer als erstes nach oben ist, hat gewonnen. Und dann mit zerschlossenen Reifen wieder runter. Was halt nochmal extrem schwierig wird. Oder wir fahren hoch, zerschießen die Reifen und fahren wieder runter. So, nee, das ist auch so. Hab ich doch gerade gesagt. Gut, Fabian, auf mich weggezogen. Nein, ich meine ohne Pause. Er schiebt dich hier runter. Ich meine ohne Pause. Dass wir uns entgegenkommen, oder so. Nein. Gut, dann, also. Auf die Plätze. Fertig. Los. Boah, super Start hier wieder hingelegt. Gas. Bester Start EU-Ges. Eigentlich hat Anton ein bisschen Vorteil, weil er hoch war. Weil ich in war. Hm, genau. Scheiße. Äh, was? In war? Oh, ich war. Ich war sozusagen innerhalb der Kurve, deswegen krieg ich einen kürzeren Weg am Anfang. Ja. Boah, die Motorräder sind so scheiße. Oh, sie dürfen auch so, ne? Also hoch ist das nicht? Ja klar, jetzt hast du aber auch voll weg. Eigentlich hat ich gesagt, wir sollten auf dem Weg bleiben ohne Abflüge. Ja, ich nehme mich, denke ich auch. So, dann fahre ich noch mal runter. Ne, ab jetzt den B-Pan haben wir jetzt auch die Abflüge, genau. Haha, Anton. Oh, du haust. Wie du, du haust. Anton ist so schlecht. Ich erinnere mich mal nach vorne und dann fahre nach Rinkulé gerade. Bei Berg hoch fahre ich nach Rinkulé. Man kennt das. Ja, mache ich auch eigentlich. Du wie dein Gorilla-Reiter. Ja. Obwohl Felix, das liegt daran. Ja. Ja, das liegt daran nicht. Weil Motorräder schlecht ist als derzeit. Ja? Bist du dir sicher? Ja. Ja. Alter, meine, er hat sich da in eigener Hand auf den Show. Was soll das? Ja, aber ich auch. Weil man zu langsam ist hier. Langsam bis unter Drill. Alter, du kannst nicht irgendwie gerade oben warten, wenn wir in den Schlachtflug gefahren. Wer meinst du jetzt? Äh, wem meinst du jetzt? Also, das habe ich gerade geholt. Ich bin direkt nicht. Ja, aha. Wo ist diese schöne? WUH! Extra! Oh, ich habe da wen schwenken. Ich drücke übrigens nach vorne und ich will nach hinten. Nein! 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 Oh Gott, da mach ich dabei! Oh Gott, da mach ich dabei! Wieso? 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 Ich bin da gefallen! Ich bin das nicht, ich bin das nicht, ich bin das nicht. Oh, passt! Oh, ich habe einen Unfall! Fick mal! Wieso? Ähm, ich bin raus! Weil mein Motorrad ist hier unten gelandet! Ja! Dann lass ich mir was an! Ich hab' noch mal! Ich hab' noch mal! Ich hab' noch mal! Ja! Mach' das nochmal! Ja! Ja! Was machst du da, Mann? Ich lass' mir was anderes liefern, was noch langsamer ist. Ja! Ja! Ich hab' noch ein bisschen hochgekommen! Ja! So! Ich komm' euch, also ich versuch' wieder hochzukommen jetzt! Oh Fabian, spring! Du! Nein, Fabian! Alter, ich werd' nicht hochkommen! Ich glaub' ich werd' mit dem Fahrzeug nicht hochkommen. Scheiße, ein paar mehr müden. Ich hab' das aus, wenn ich das mache. Ich stell' dich zum Raten hin! Oh! Oh! Laufschlampe! Lauf, 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 lauf! Hier, guck mal! Hier! Waaat! Was war das? Haha! Ach, sah so aus, als würdest du dir daneben fallen. Ganz in die Tiefe. Ja, ne? Wirklich schon! Hier bekommst du's wieder hoch, also. Oh, ich bin hier auf der falschen Seite. Oh, es wirkt aber so richtig kalt hier, oder? Auch mit dem Sonnenuntergang gleich. Wo braucht immer der Sonnenuntergang? Ja, ja, nicht so. Also, bei mir ist ganz schön dunkel. Huuuuh! Haben wir, guck mal, was wir machen könnten? Wir könnten jetzt hier runterfahren mit dem Motorräder. Guck mal, da ist so ne kaputte Stelle. Dann da einfach rüberfliegen, dann von der Maschine springen und den Fallschirm auslösen. Okay? Go! Klingt doch gar nicht gefährlich. Ne, überhaupt nicht. Vor allem werden wir's auch sofort beim ersten Versuch schaffen. Warte, 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 warte. Wir müssen hier eine richtige Stelle erwischen, von wo wir aus. Oh Gott. Okay, hier ist ne gute Stelle, wo wir anfahren können, oder? Ja, wir müssen anfahren, ich rolle, ich rolle, ich rolle, okay, komm. Huiiii! Unterspringen! Was? Nein, falsche Mann! Hat gut funktioniert, Dieter. Erlebst du noch? Ne. Also, jetzt wieder. Wo bin ich gespawnt, Alter? Warum liegt da ein Holzbrand? Fabian, hallo, Hilfe! Warte hier! Hilfe! Ich komm mal rüber. Hä? Warum hab ich jetzt ein komisches Outfit an? Dankeschön. Ah, jetzt sehe ich dich! Lassst du mal bitte auf, mein Outfit zu wechseln, Alter? Den lustigen Helm werd ich vorher gebrauchen können. Juhu! Warte, wo bin ich hier? Da ist mein Motorrad! Ich komm dir entgegen! Okay, komm auf mein Motorrad dann. Oh! Oh, funktioniert sogar noch! Ich hab mir, glaub ich, die Rippen gebrochen. Oh. Das ist nicht gut, okay. Fuck doch! Ach komm, weiß was! Die paar Rippen! Ich bin der Held! Ne, keine Ahnung. Boah, boah! Jetzt kommt weiter, montier! Wow! Was ist da denn explodiert? Mann, ich bin einfach schmolz! Scheiße, jetzt brenn ich! Ah! Mann! Wo geht's runter? Hallo Fabian! Ah! Ich wähl doch! Der Montchillnerz ist echt so ne Kacke! Wo du einmal stirbst, kommst du nie wieder weg! Hab ich das Gefühl! Ah! Ich rolle! Zumindest haben wir was für die... Aufnahme! Komplette Glaufe! Jetzt sein! Wenn Elf eine Hilfe braucht! Ne, hier ist die schon so weit unten gespawnt, dass ich sogar noch laufen kann! Oh! Hier war ne Klippe! Hups! Ich fahr mal zu euch rüber, Faye Chavitis! Fahr mal kurz rüber! Die Golden ist schon wieder gestorben! Was kommt der denn? Fabian! Moment! Moment! Nein! Oh nö, ich bin jetzt wieder bei den Schienen! Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Oh! Oh Felix! Ich seh dich! Ich weiß, ich wollte grad zu dir hochkommen, dann bin ich gestorben! Weil ich bin zu klein. geworfen. Die rollt die runter. Mann ey. Blöd, wer haben wir jetzt unseren Kraftfeuerwerker gekriegt? Wir hatten den von letztes Jahr. Nee, den haben wir jetzt wieder bekommen. Scheiße, das war mein normaler. Ja, das war mein normaler. Das war sogar der Lenkraketenwerfer. Scheiße. Schieß mal nach oben, dann kommen wir ins Feuerwerk. Oh. Ich hab noch kein Feuerwerk. Oh, ich seh da jemanden. Ey, dieser Feuerwerksaketenklappe? Ich hab den nicht. Also, das ist nicht geladen. Warum nicht? Hä? Wieso konnte ich das machen? Weil du ne Pistole hast. Ja und, aber ich kann mich doch eigentlich gar nicht anhauen. Guck mal, es geht eigentlich gar nicht. Doch, du kannst es mit... Nee. Man kann das hier so in die Waffe heben. Oh. 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 Wow. Wow. Moment. Wollen wir jetzt mal ein paar landen mit dem richtigen Wied? Oh. Mal doch schon, oder? Was machst du denn so? Da, 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 stay alive. Ich mach einfach. Ich mach einfach Zusammenschnitt aus dem ganzen Zeug hier. Mach ich auch. Da ist ein Anton. Ey. Ja, ich... Ich... Ich komm mir einfach nicht hoch. Hä? 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 ich mach' hier nicht drauf. Der ist das Rostk، alter. Also mit dem Berg hochfahren, das Das ist einfach nur ein Krampf ey Los komm Zug folge Brauchen wir den Zug Jaaa Ey kann man nicht aufsteigen Bin einfach der Oh Ich schlag den Rabe äh Schlag... Ratsch Ich mach nen Ratsch... Ratschlag Jetzt haben wir es Hier schlag auf Ich schlag den Rabe Schlag auf Wir machen jetzt ne Verfolgungsjagd Ich schlag den Rabeil ey Vorallem hab ich doch so... Ah das ist die Radiomusik die du noch anhast Ich schlag den Rabeil Das ist einfach richtig gut Hier wirf den mit Granaten Ich hör mal besser auf damit Na gut komm wir mich einholfen Huuuh Hahahaha Ach da ist zwischen meinen Beinen explodiert Das sah sehr phobisch aus Das hab ich doch nicht gesehen Lovia hat doch eigentlich geglitzert Hallo Da müssen wir uns mal... Da müssen wir uns schon wieder raus Ja ich bin runter gesprungen Hä wie du ging das schon denn? Hä? Hä ist das gerade eben wieder Hä? Was macht das denn da? Immer wenn du zuhause explodierst Hä? Anton ist weggebockt Ne Felix war das Hä? 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 Was ist immer noch die erste? Ja! Hä? Äh er ist jetzt unter mir er schießt auf mich während ich war das cool hat ihr gesehen was ich hier gemacht habe ich habe hier übelste kletter-climbing gemacht du bist da hin und her geklettert also wir beide haben beide verwehr Fabian ja Angriff ok nein das sind übel viele die kommen aus einer Richtung die sind von überall Fabian hinter dir über uns die sind alle unter uns ne vor dir alle lieben dir ich bin hier was da ich bin tot ne doch hast du ernsthaft? oh Gott alter meine Lebensanzeige ist bei 7 ja gut dass du dann in die Gegner rennst weißt du sie nicht weiter da 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 ist einer oh ich bin tot oh die Karte alter oh wie lieb tut das hier immer we got a man down bitch schön weggemacht mit dem hab ich keine Expekte gekregen knarrt 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 wo ist er da knarrt irgendwo hier unten oder ach da ist er auch was mach ich denn hier dankeschön für das fucking freiheit so äh ich kann keine Expekte du äh ich so don't fuck with me kiss me der ist Jessel da war einer wenn wir jetzt mit den anderen im Kreis ja irgendwie schon schlecht gerade dann bin ich hier hoch das sieht nicht kommt kürzer an und jetzt geh hier der fliegt oben rauf jetzt baller ich die alle weg aber ich seh keinen tippie mit die wenn ich noch baller die auch nicht aber ich seh'n da einen hab ich das stimmt ja oh lol Kamikaze Anton wie ich gerade geguckt habe na Leute macht ihr auch mal was hier dum 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 zum beispiel hier glaube ich bin aber ich weiß nicht ob das eine gute idee wäre gerade mal meine perfekte position also ich tötte hier gerade alles nein ich möchte mich hochklettern nein nein niemand mit dem weihnachtsmann weil was da jetzt ihr seid da unten und ja guck mal wo ich stehe ich stehe auf dem schornstein hinter euch ich habe gesehen er ist vor mir einfach vom dach gefrein ich drück nicht mehr war es und er springt einfach 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 so vom dach gefrein er ist einfach vor meinen augen vom dach gefallen ich wollte eigentlich irgendwie dass es abprallt ich versuche jetzt mal was ich werde mal eine bombe habe ich welche getroffen da sitzen irgendwo auf die karte ja wie zimmern die denn auch mit 1 ne er hat nicht getroffen ne er hat nicht getroffen ne er hat nicht ganz getroffen ne er hat nicht ganz getroffen BAM WHAT ja direkt unter uns ist einer der muss das studio schaffen oder ich versuche es mal mit der leiter oh puh granate oh ich werde angesprochen da läuft der ist gerade raus gelaufen Alter irgendwas hast du die ganze zeit da an dem ding so ein blablablabla gemacht ich glaube das ist wie mein guck zu gewinnen weil meine nasen also wenn man vom dach springt dann stirbt man den meinst du oh da rennt da einer rum er ist down nein ich will ja nicht unter nein ich will ja nicht unter habt ihr das gesehen Fabia warum macht sich das äh wo ist denn der irgendwo hier unten der ist unter dem gebäude wieder boah einmal voll verzogen gerade beim ballern da habe ich irgendwas leuchten gesehen hm ich bin tot ähm ähm hä wie das denn ähm die haben alle die Schnellschutzbootflinden und ich spring da so runter bam 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 bin ich tot bam 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 da 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 müsste der ich glaube der der da übrigens hat ein helikopter ne auf jeden fall ist er über dir das ist ganz klar oh komm 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 wenn du da die treppe hochlaufen solltest äh du hast äh du hast äh du hast äh du solltest du ihn sehen du wartest unter der Leiter irgendwie oder ja da da ist ja hab ihn easy der Mann des Tages hier wieder mein ja ey hört mal auf die Ältesten töten die werden auch noch was machen nicht das Fabia ja ja ich mach den Heli ja wir haben die Heli oh und die 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 ne der Das waren übrigens Schrotflinken, Leute. Ich werfe auch mal auf guten Glück einfach einer. Hab ich getötet gerade? Ja, hast du. Hab ich Erdhaft? Ja. LOL. 13. 2000 Jahre später. Ja, das ist auch nicht immer schwer, oder? Ja, stimmt. Was macht Fabian in der Runde? Er springt vom Dach. Doch, das macht es. Ich bin schneller. Oh, nein. Aber vielleicht mal als Watt rumrennen? Als Watt, als Quatt. Als Wattroh, hm? Watt? Mit Nacht. Da müsste ich einfach alles, was wir so vorhatten für die Folge nicht wirklich geklappt hat. Ich das einfach zu so einer Wurstelsache da zusammen füßte. Und dann jetzt einfach das hier kommt. Ach, die Gegner können mich immer so gut sehen, weil meine Beine einfach blinken. Ja, wow. Wow. Ja, wow. Oh, meine Handschuhe. Oh, wow, wow, wow. Alter, das kommt einfach. Heiß ab, heiß ab. Nicht jeder rüber schießen. Das kannst du dir keinem zeigen, Alter. Lade ich mich auf. Wow. Fram Einbrüche. Leck. Hakelt, hakelt, hakelt. Hätte er auch so hakelt. Da kriegt man ja auch Krebshoff. Oh Leute, ich bin jetzt auch mal geimpft. Oh Mann. Oh Gott, ich sehe die gerade auf der Karte und bin wieder noch übrig. Ja, die ploppten da alle plötzlich auch. Sag ich dir mal, wie man das macht mit denen. Du gibst nämlich nicht immer nur Headshots, du tröste da, wo du mich treffen kannst. Boah, und dann gehst du am besten ganz schnell weg. Du die already. Guck mal hier, hier bin ich doch garantiert safe. Kann ich jetzt... Oh, 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 oh. Okay, vielleicht ist es voll frei, ja. Hab ich dann übelst, weil Hammer tot. Fabian, es hängt alles von dir ab. Wow. Ja, jetzt ist dein Part. Come on, hier freie Kamera, oh Gott. Also ich mag irgendwie diese Gegend gar nicht, weil ich weiß immer nicht, wo man sich verstecken soll. An allen Seiten Gegner. Oh, Fabian, Alter. HP-Gewinn habe ich nicht wirklich gemacht, ne? Ne? Oh Gott, du sagst, hast du es eingesammelt. Ja, aber er hat mir nichts gebracht. Mann, ich würde gerne irgendwie mal eine andere Sicht bekommen auf dich, aber... V-drücken. Ja, aber das ist alles scheiße. Ich sehe da nicht viel, sowas glaube ich am besten noch. Aber du schießt da gegen die Wand, kann das sein? Da sind zwei Leute. Ja, bei mir schießt die ganze Zeit in die Wand rein. Ja. Mach mal einen anderen Filter rein. Hast du einen Filter? Nein, mit Felix. Mit links, rechts, achso. Überlebenskampf. Das ist nicht alles. Nee. Der Verdächtige soll anscheinend mit einer Crew Weißkopf Seben... Weißkopf Sebenhölfe... Nein! Vollzeitverfolgungsjagd sind großartig für die... Mann, das ist viel zu schnell weg! Der Verdächtige wurde als Krimineller mit dem Straßennamen Golf und 4000 identifiziert. Der Verdächtige soll anscheinend mit einer Kuh Weißkopf-Säbelhöhung unter der Strecke stecken. Vollzeitverfolgungsjagd sind großartig für Einscheidquoten und bla bla beobachtet dich und könnte gerade in deinem Haus sein. Stripper kommen bald in lokale Busse. Was? Cool. Kulafantos und Peking wetteifern gnadenlos um den Titel der Stadt und verdammt. Und verdammt. Das war zu schnell weg. Wie wir meinen. Fabian, da ist der Filter. Das fällt. Das fällt einfach nur. Richtig. Irgendwie ist das Haus als wäre ich auf den Baumstamm ausgerutscht. Ja, bei uns allen. Bei uns allen, ja. Deine Füße gehen richtig weg. Flop. Dann würde ich sagen, gehen wir in freien Modus und moderieren gleich nochmal ab. Ja? Ja. Ihr wurd nicht erschossen. Ich hab mir jetzt hier nicht gebrochen. Was macht man, wenn man an Weihnachten kein Fleisch im Haus hat? Kaminfeuer an und warten, bis der Weihnachtsmann kommt. Ohohohoho. Bringt dir was im Stay Gooder zu dabei? Hilfe. Nein. Super. Ich hab dich erwischt. Und Anton auch. Und Anton. Dann sag ich tschüss. Dann sag ich tschüss. Dann sag ich tschüss. Tschüss. Und damit sag ich tschüss. Und froh Weihnachten, ne? Und abonniert. Und eventuell guten Rutsch, falls ihr das doch... Ich wünsch euch doch froh Weihnachten. Aber nicht so wie ich auf den Holz stemme. Das bricht den Genick. Den Genick. Ja, kennt ihr den Nick nicht? Also Fabian, den Nick. Also ich glaub, der Weihnachtsmann bringt mehr Geschenke. Verabschiedung. Tschüss. 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 Alter, das ist alles in der Aufnahme drin.